Diese Bailey, was für eine Type, ne? Schräg drauf, aber... Hm, schräg drauf. Wir brechen uns im Wald auf. Ich glaube, jetzt super bloß von Gebiet zu Gebiet aus mal reisen. Okay, wir haben einen Versuch. Mal ganz ehrlich, jeder, der heute mit mir kommt, wird wahrscheinlich sterben. Und Weihnachten sind wir zu Hause. Wieso lande ich immer wieder in so einer Scheiße? Ja, gut, noch will, dass alle angekommen, ja, alle Gegner. Das lag in den Notiz rum, hier vorne. Schöne Videosequenz. Ach, schütze, aber geil, dass es immer bei einem Spiel oder bei solchen Welten immer so eine Straße gibt, wo du langfahren kannst, wisst du, immer so. Kein Weg zurück, ne, Moin? Du bist zurück im Wald, aber diesmal ist es, wenn ich einen durchwende. Soundbuck, olé! Oh, da kennt ihr aber nix, Alter, da schwebt er durch. Ne, das, was ist, was ist denn das für eine fette Raube? Ne, genau. Das Ding kriegt man wahrscheinlich nicht mehr eingestellt, oder? Wir müssen den Luftreiniger flicken. Wozu denn, ha? Der Truck ist im Arsch. Darum kümmern wir uns später. Versiegelt die Tür. Geht da nicht raus. Wartet auf mich. Dein Ernst? Ich schwöre all die vom Trucker-Diener. Was ist denn das für ein Hessler? Dann würde ich wohl noch gut lösen. Chaos! Na ja, dann machen wir weiter, Freunde. Wollen wir gleich mal durchziehen. Im Chaos. Militär haben wir aufgefüllt. Warte mal kurz. Wir werden bereit sein. Schön, die meine Rüstung funkelt. Hm, meine nicht mehr. Hatte ich von so schon mal gehabt, das Zeug. Und dann hab ich's verkauft. Oder zerlegt. Was ist denn das? Komm, wir gleich reinschießen. Das ist ein bisschen hübscher. Ich hab's dann auch für perfekt geteilt. Level zum 20 ist der Punkt oder was? Genau. Guck mich an. Wo war's? Also das Vieh musst du machen. Das kann ich denn anvisieren mit meiner Fähigkeit. Das kann ich denn anvisieren mit meiner Fähigkeit. Kein Nachgang. Ja, wie weit geht denn der Strahl? Ja, wollte ich doch grad sagen. Du bist im Arsch. Ach doch was. Ich find's. Ich find's cool. Ja, gut. Was ist denn das für Müll, Alter? Fetzt's mir, dass er eine komplette Runde dreht. Schöpfer, du musst ja um... Oder bringt uns das was, wenn wir uns hinter den Steinen hier vercampen. Weiß schnell. Boah, Alter. Da wird ein Dübel gegeben, Alter. Da wird ein Dübel gegeben, Alter. Wie hoch. Das könnte vielleicht sein. Ja, doch. Könnte funktionieren, ja. Boah, ja. Geschälle des Lebens, Alter. Ja. Nicht genau. Wie sie Damage rückst du? Über 100. Doch nicht. 7, 7. 1, 6. Nicht genau. Danke für nix. Wenn ich richtig auf die Birne schieße... 3, 9 ist das maximalste, was ich schaffe. Ja. Bei mir 8 und 8, ich hab mich verguckt. 8 und 8, wenn ich Geld mitmarke, also... Hallo! 3, 9, schon ich im Großen lande. Oh, fuck. Nicht genau. Da sind aber 113. Da war geschossen 180. Sch... Kann ja sein, dass die Steine immer kleiner werden. Nein, du darfst... Na klar. Nee, wo? Na, glaub schon. Sücken hab ich doch nicht beobachtet. Na klar. Na klar. Die waren immer kleiner. Halt's Maul, Alter. Na klar. Da läd ich grad noch. Motherfucker Byrne. Ja, genau. Nee, eigentlich nicht. Ich weiß, da war noch was macht. Jetzt. Ich weiß, da war noch was macht. Da war noch was macht. Mach da seine Gülle von oben. Na ja, dann muss der weg von einem Stein. Geil! Zurückstrahl! Glockendamage! Geil! Glockende Lebensanzeige! Ach so! Moin! Nicht genau! Meine Deckung! Boah, wie der Liesl in der Runde smackt alle! Schön! Jetzt stehst du im offenen Feld da! Fetzt mir! Ja, genau! Übertreib! Ja, genau! Was muss ich aufs Docken haben? Nee, Alter! Geh mal weg! Oh, was? Das Problem ist, du musst ja mal auf den Fußboden gucken, wo hier was hinkommt. Aber das siehst du ja vorne auf Anhieb! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Geil! Elf Schaden! Ja, genau! Halt deine Steine brich! Komm da mal wieder raus! So, irgendwas Rotes am Boden! Naja! Dann packt das leider seine Steine aus hier, oder? Nee, genau! Jawohl! Sowas fehlt mir noch! Alter! Wie gehst du die Licht ist mit? Das kappelt er ja auch rüber! Ey, wo bist denn du denn das bloß in Animationen, glaub ich, oder? Nee, genau! Ich steh mitten bei der Munitionskiste! Da macht er das Ding rot! Dein Ernst! Oh, was macht er da unten? Alter, was wüsst'n du von mir? Nee, genau! Ich pack deine Steine weg! Oh, oh! Oh, oh! Ja, such deine Steine nach hinten! Nee, Fischer! Nee, Fischer! Oh, ja! Wie die ihn attackieren! WTF, Alter! Genau! Gift! 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 Ich bin gleich tot, Alter! Scheiße, die, Alter! Alles weg, ja! Naja, ich bin mal kurz mit der Munitionskiste! Nee! Ich hab' keinen Schmerz ein! Ich hab' noch generische Schwachstelle gefunden! Oh, oh! Ich steh mit dem Rot! Ich steh mit dem Rot! Ich steh mit dem Rot! Mit dem Rot! Oh, grad so raus! Kann sich wieder gelingen! Das Rote musst du anschießen! Oder beim Arm! Das ist die Schwachstelle! 100 Zipsch! Das Rote musst du anschießen! Die offenen Munden! Am Arm! Ich krieg' schon noch zum Schaden gerade rein! Ah! Junge! Mit meiner MP brauch ich gar nicht anfangen, Alter! Die macht 11 in Schaden! Hahaha! Jetzt kommt schon wieder hier Viehzeug! Was ist denn das für eine MP, die ich schon hab' Alter! Oh, das ist cool, dass das Ding grad schwebt! Ich hab' auch bezweck' in uns! Ich hab' ihn ins Bett gebrochen! Kein Angst! Hm! Ich mach' da über 200 Schaden, Alter! Wenn ich mich hineinballe, Alter! 216 Jawohl, jawohl, jawohl Boah, ich bin am Ägypten, Alter Du musst es vergeben, du musst es vergeben Pack deine Steine ein, Alter Wo sind die scheiß Munitionskiste jetzt? Hinter uns Ah, hier So, jetzt kommt das Viehzeug, ich habe meine Lava geschossen Das geht jetzt fix Die kann schon jetzt ein bisschen anvisieren, die Viecher Alter Alter, mit Lava geschossen 350 Schaden, knall ich da raus Jetzt, oh, what the fuck, man Oh, was ist denn das? Oh, was ist denn das? So, was ist denn das hier auf die Hügel? Zum Team zurückkehren, okay, das wollen wir doch Irgendeine Waffe gefunden, ich habe schon nie gesehen, also so optisch, so weißt du? Das muss man schauen So wird es auf keinen Fall enden Haben die das Auto wieder gedreht Und zwar haben wir doch deine magischen Scheißvisionen Es sieht verdammt noch mal nicht so aus, als kämen wir hier raus und Was? Jawohl Nein, 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 ist schon gut Irgendwas passiert Was seid ihr für Freunde? Wer zum Teufel seid ihr? Schöne Indianer Sobald wir Doktor Scarlock erreichen, werden alle eure Fragen beantwortet Wenn da Feuerzeug ist, können wir uns kochen, sie hat keine Waffenöffnerin Zurück, oder deine Leute sterben Dann sterbt ihr mit ihnen Ich verdrohe sie nicht, Arschloch Ich versuche nur, sie zu retten Bord Kein Grau mehr? Nö Schäbel, abgefärbt Was genau ist da drin? Bitte, bitte Anaboliker Mein Name ist Nathan Scarlock, Xenobiologe Dr. Abraham Zahidi Kannst du uns vielleicht erklären was? Oh man, welch unerwartete Ehre Wie die da abgeht, ja Ich habe die Arbeit deines Vaters verfolgt Das heißt, ähm, solange es möglich war Ich habe weniger Anspruch auf Ruhm Doch wie ihr seht, habe ich einen Durchbruch erzielt, der uns gute Dienste leistet Sag uns, wie es funktioniert Ja, ja natürlich, Entschuldigung Dieser Pilz war nicht immer so Seine DNA wurde verändert Meine Formel bewirkt nur, dass der Pilz sich selbst angreift Hier können alle, die es bis zu uns schaffen, in Frieden leben Mein Gegengift muss täglich injiziert werden Ohne wagt sich keiner von uns weit vom Lager weg Wir haben jeden Monat eine kleine Zeremonie Ihr kommt gerade rechtzeitig Das ist super Keine Ahnung, tut mir leid Ich hoffe, dass der Rest deines Konvois heute Abend dabei ist Wir haben nicht vorlang zu bleiben Oh, jenseits von hier lauert nur der Tod Bis der Truck repariert ist, sitzen wir eh fest Gut Danke Das Vieh sei jetzt trotzdem entkommen, das war jetzt ne Tod, oder? Ne, das war tot Sparen gelassen, klar Ist ja umgekippt, stimmt Jakob Hier, das habe ich im Wald gefunden Das gehörte Cuthbert Wir waren schon mal hier Scheiße Es kam mir gleich so bekannt vor Ich dachte, es sind Skirlox Spritzen Aber wenn du dir keine Ersatzpumpe aus dem Arsch holst Kommen wir nicht weit Ein Truck musste hier bleiben Damals beim ersten Sturm Vielleicht kann ich ihn finden Finden? Das war vor 30 Jahren Nicht für mich Gut Jetzt haben wir das große Vieh besiegt Hat ganz schön viel getankt Dann sehen wir, was es noch so in dem Spiel handelt Bleib dran